Ja, das ist ja gut. Ich glaube, es ist ja gut. Ja, das ist ja gut. Uhhh! Ich schreibe den Ländchen. So schön. Sie schreiben mir eins? Das ist gut. Schreiben wir. Ich schreibe den Ländchen. Ich schreibe das Ländchen. Ich schreibe die beiden Sch exponentäte. issäAT Norbert Vielen Dank.